Moin Moin, ich bin's, euer Flatti. Herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute möchte ich euch meinen neuen Duschlauch zeigen. Das ist mein neuer Duschlauch. Schaut euch nur an, wie geil der Duschlauch aussieht. So richtig schön neu und geil, schön silber und schwarz. An dem Duschlauch hängt mein Duschkopf dran. Jetzt kann ich mich endlich wieder normal duschen. So, das war's jetzt auch wieder von mir. Ich hoffe euch hat dieses kurze Video gefallen und bis zum nächsten mal. Wenn es wieder heißt Wartet noch